Österreich wird in den nächsten Tagen die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung schaffen. Somit soll der Impfpass bereits ab April starten. Der grüne Pass wird ein Impfzertifikat, ein Testzertifikat eines PCR- oder Antigen-Schnelltests beinhalten. Zusätzlich besteht er aus einem Genesungszertifikat. Der grüne Pass wird für alle EU-Bürger gratis sein und ist für die Dauer der Pandemie gültig. Zertifikate sollen digital und in Papierform zur Verfügung stehen und zum Beispiel einen EU-weit lesbaren Barcode enthalten. Tourismusministerin Köstinger zeigt sich zuversichtlich, dass somit der Sommertourismus wieder starten kann. Das ist der richtige Schritt, größtmögliche Freiheit wiederzuerlangen, sagt sie. Die EU-Kommission nennt das Projekt Digitaler Grüner Nachweis, angelehnt an den grünen Pass für Geimpfte in Israel. Dokumentiert werden sollen aber nicht nur Impfungen, sondern auch Ergebnisse von zugelassenen PCR- und Schnelltests sowie überstandene Corona-Infektionen. Welche Türen der Nachweis öffnen soll, ist aber in den EU-Staaten noch nicht Konsens. Österreich und andere Urlaubsländer drängen darauf, Reiseerleichterungen mit einem solchen Dokument zu verbinden. Deutschland hat sich hingegen gegen Erleichterungen für Geimpfte ausgesprochen, solange noch wenige Menschen Chancen auf die schützende Impfung haben. Skeptisch sind auch einige EU-Staaten, nach Angaben von Diplomaten auch gegen den Ansatz der Kommission, einen gesetzlichen Rahmen auf EU-Ebene zu beschließen. Unter anderem, weil dies zu lange dauern könnte. Ja, ich wollte euch nochmal gucken, dass von derßen